Praktika Praktika machen am meisten Spaß und geben vor allem den größten Einblick ins Lehrersein. In Praktika sehe ich, was jeden Tag auf mich zukommen wird und wie die Lehrer damit umgehen. Jedoch erhalte ich kein Feedback davon, was ich tue, während ich im Praktika sitze. Wir müssen daran arbeiten, etwas zu verändern, dass ich auch eine Entwicklung während meines gesamten Studiengangs hin zum echten Lehrer werde und auch weiß, welche Verantwortung ich tragen kann. Doch das müssen wir ändern.